Karl Fischer und das tödliche Cannabis-Geheimnis. Der Präsident einer Cannabis-Anbauvereinigung in Deutschland wird Ziel einer Morddrohung. Aus Angst beauftragt er den Privatdetektiv Karl Fischer, den Fall zu untersuchen. Die Ermittlungen erweisen sich als äußerst schwierig. Verdächtig sind nicht nur Personen aus dem direkten Umfeld des Präsidenten, sondern auch Gegner der Legalisierung von Cannabis. Als dann ein unvorhergesehenes Ereignis die Polizei auf den Plan ruft, eskaliert die Situation dramatisch. Musik Musik Es hatte schon den ganzen Tag lang geregnet und auch jetzt, am späten Abend, hieß der Regen nicht nach. Ich saß in meinem Büro und schaute den Regentropfen auf meinem Fenster zu. Es war still und friedlich, eine Kombination, die mir nur selten begegnete. Dann hörte ich das Knarzen der schweren Eingangstür zu meinem Wohnhaus. Mein Blick wanderte über meinen Schreibtisch, auf dem noch die Akten meines letzten Falls offen lagen, zu der Wand mit der Stadtkarte, Fotos und farbigen Reißzwecken. Plötzlich klingelte es an meiner Wohnungstür. Ich war noch nicht einmal von meinem Stuhl aufgestanden, da wurde die Klingel erneut gedrückt. Ich eilte zur Tür. Einen Moment. Hallo, wie kann ich helfen? Guten Abend. Sind Sie Herr Fischer? Das ist richtig. Karl Fischer, Privatdetektiv. Möchten Sie hereinkommen? Danke. Kann ich Ihnen etwas zu trinken anbieten, Herr? Tobias Schubert. Ja, ein Kaffee wäre mir sehr angenehm. Ich führte Herrn Schubert in mein Büro und kam nach kurzer Zeit mit zwei Tassen Kaffee aus der Küche zurück. Er stand vor meiner Stadtkarte und schaute sich die Fotos an. Bitte setzen Sie sich, Herr Schubert. Was führt Sie zu mir? Ich bin Präsident einer Cannabis-Anbauvereinigung. Ich habe eine Morddrohung erhalten. Die Angelegenheit ist heikel. Eine Morddrohung, sagen Sie? Erzählen Sie mir mehr darüber. Vorgestern fand ich einen Brief in meinem Postfach. Keine Handschrift, nur ausgeschnittene Buchstaben. Treten Sie zurück, wenn Ihr Leben Ihnen etwas wert ist. Seine Worte ließen mich aufhorchen. Eine Morddrohung. Unter normalen Umständen mag er vielleicht als attraktiver Mann gegolten haben. Aber jetzt zeigte sich seine Sorge deutlich in seiner Erscheinung. Er war ein Mann, der unter dem schweren Druck seiner Position stand. Der Regen hatte ihn komplett durchnässt. und ließ ihn nur noch verlorener und einsamer aussehen. Herr Schubert reichte mir den Brief, der in eine Klarsichtfolie gepackt war. Das Muster der ausgeschnittenen Buchstaben, wild zusammengewürfelt aus verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften, verlieh dem Ganzen einen besonders bedrohlichen Charakter. Der Absender war ein Schatten. Unfassbar und doch surreal. Haben Sie Feinde? Jemanden, der Ihnen schaden möchte? Jemand in meiner Position? Das lässt sich schwer sagen. Es könnte ein Mitglied aus der Vereinigung sein. Oder jemand, der gegen die Legalisierung von Cannabis ist. Seine Antwort ließ ein komplexes Netz aus möglichen Motiven und Verdächtigen erahnen. Die Spannungen innerhalb der Vereinigung, gepaart mit der hitzigen öffentlichen Debatte um die Legalisierung von Cannabis, schufen einen Nährboden für Konflikte. Seine Befürchtung, dass der Täter möglicherweise aus den eigenen Reihen kam oder aber von außen aus dem Lager der Legalisierungsgegner, verstärkte nur das Gefühl der Unsicherheit. Können Sie mir helfen, Herr Fischer? Ich will herausfinden, wer mir den Brief geschickt hat und dann entscheiden, was ich mit dem Absender mache. Ja, ich kann Ihnen helfen. Meine Tagespauschale beträgt 500 Euro plus Spesen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, das ist in Ordnung. Wenn Sie den Absender des Briefs vor der Polizei finden, gebe ich Ihnen sogar noch einen Bonus. Das Gewicht der Entscheidung und die Sorge um die Zukunft seiner Vereinigung zeigten sich zwar in seinen Augen, doch seine Entschlossenheit, den Drohungen ein Ende zu setzen, überwog jede Unsicherheit. Gut, ich werde morgen früh mit den Ermittlungen beginnen. Gibt es jemanden in der Vereinigung, der Ihnen sofort in den Sinn kommt? Ein paar Namen vielleicht aber. Ich möchte niemanden unbegründet beschuldigen. Als Herr Schubert die Namen erwähnte, lag eine gewisse Vorsicht in seiner Stimme. Ein Zögern, das mehr über die Zerrissenheit innerhalb der Vereinigung aussagte, als jedes direkte Geständnis. Seine Worte hinterließen einen Eindruck von der Komplexität der Lage, in der Loyalitäten verschwimmen und Misstrauen gedeiht. In Ordnung. Dann werde ich morgen bei Ihrer Vereinigung vorbeischauen und mich mit ein paar Ihrer Mitglieder unterhalten. Bitte, nehmen Sie meine Visitenkarte. Sie hören von mir. Nachdem die Tür hinter Herrn Schubert ins Schloss gefallen war, lehnte ich mich zurück und dachte über den Fall nach. Eine Morddrohung gegen den Präsidenten einer Cannabis-Anbauvereinigung. Und das, während der Cannabis gerade erst legalisiert worden war. Ein interessanter Fall mit vielen potenziellen Verdächtigen und Motiven. Es war Zeit, in die Welt des Cannabis einzutauchen, um Licht in die Dunkelheit zu bringen. Ich grübelte noch eine Weile und ging dann zu Bett. Noch vor der Morgendämmerung weckte mich das Klingeln meines Handys auf dem Nachttisch neben meinem Bett. Fischer hier. Herr Fischer, kommen Sie bitte so schnell es geht zu meiner Vereinigung. Einer meiner Mitarbeiter. Er wurde tot aufgefunden. Sind Sie in Sicherheit? Ja, ich bin noch zu Hause. Maria Bauer hat mich angerufen. Bleiben Sie vorerst dort und empfangen Sie niemanden. Ich melde mich, sobald ich mehr weiß. Während des kurzen Telefonats hatte ich bereits eine Hose und ein Hemd aus meinem Kleiderschrank geholt und zog mich so schnell es ging um. Nach etwa zehn Minuten saß ich in meinem Auto und war auf dem Weg zu dem Gebiet außerhalb der Stadt, wo sich die Gewächshäuser der Anbauvereinigung befanden. Es war noch sehr früh am Morgen und nur wenige Autos unterwegs. Ich erreichte das Gebiet nach einer kurzen Autofahrt. Als ich mich dem Hauptgebäude näherte, konnte ich bereits Blaulichter und mehrere Autos sehen, die vor dem Gebäude geparkt hatten. Dahinter konnte ich zahlreiche Gewächshäuser ausmachen. Normalerweise musste diese Landschaft wie eine Oase ausgesehen haben, ein grüner Flecken Erde. Aber dank des grauen Himmels erschienen selbst die bunt bemalten Schuppen abgetönt und stumpf. Ich hatte eine dunkle Vorahnung im Hinterkopf. Sobald ich aus dem Auto stieg, konnte ich das erdige, fast hölzerne Aroma des Cannabis in der Luft ausmachen, das in sanften Schwaden meinen Weg kreuzte. Vor der Treppe zum Hauptgebäude hatte sich eine kleine Gruppe aus Schaulustigen und Journalisten versammelt. Auf der Treppe standen drei Beamte der Polizei. Darunter machte ich ein mir nur allzu bekanntes Gesicht aus. Der Polizist hob seine Hände in die Luft und deutete den Journalisten, ruhig zu sein. Einer nach dem anderen. Sonst gehen sie alle ohne Nachrichten zu ihren Autos zurück. Eine junge Journalistin trat mit erhobener Hand hervor und schaute dem Polizisten in die Augen. Ulrike Meier von der Süddeutschen Zeitung. Was können Sie uns über den Toten sagen? Wir haben noch nicht die Gelegenheit gehabt, mehr über den Toten herauszufinden. Wer hat den Toten bei der Polizei gemeldet? Das kann ich Ihnen zu diesem Zeitpunkt nicht preisgeben. Wir stehen noch ganz am Anfang der Ermittlungen. An den Gesichtsausdrücken der Journalisten konnte ich die Frustrierung und Enttäuschung erkennen. Der Polizist lief mit seinen Kollegen zum Gewächshaus, das mit dem Spurensicherungsband abgetrennt war. Was für eine Zeitverschwendung! Die Journalistin hatte einen sauren Gesichtsausdruck und lief zu ihrem Auto. Ich lief in Richtung Gewächshaus, in der Hoffnung, einen Blick auf den Toten zu werfen. Fischer, was machen Sie hier? Nach Ihrer misslungenen Pressekonferenz könnte ich Sie dasselbe fragen. Sehr witzig, Fischer. Ich bin einer der Ermittler in diesem Fall. Wer ist der Tote? Einer der Gärtner. Mehr wissen wir noch nicht. Die Ermittlungen laufen. Jetzt aber mal im Ernst. Was suchen Sie hier? Ich arbeite an einem Fall für Tobias Schubert. Es ging ursprünglich um eine Morddrohung gegen ihn. Aha. Und jetzt ist jemand tot. Interessant. Können Sie mir sagen, wer den Toten gemeldet hat? Das war Florian Krause. Er ist hier der Sicherheitsbeauftragte. Das ist ein wenig ironisch. Wie bitte? Was meinen Sie? Der Sicherheitsbeauftragte kann nicht besonders gut in seinem Job sein, wenn ein Gärtner mit einer Heckenschere im Brustkorb auftaucht. Es war also Mord. So, jetzt reicht's. Sie haben schon mehr von mir erfahren, als mir lieb ist. Machen Sie sich im wahrsten Sinne des Wortes vom Acker. Mit knirschenden Zähnen lief ich zu meinem Auto zurück. Der Polizist würde nicht nachgeben. Ich schaute mir die Namensliste von Herrn Schubert an. Der erste Name auf der Liste war Hermann Krüger. Er lebte nur einen halben Kilometer von den Gewächshäusern entfernt, in einem kleinen Dorf, dessen Einwohner fast ausschließlich Mitglieder der Vereinigung waren. Das Grundstück von Herrn Krüger war leicht zu erkennen. Es hatte überdimensionale, sorgfältig gepflegte Hanfpflanzen im Vorgarten und versprach ein interessantes Gespräch. Ich klopfte an die Tür seines rustikalen, mit efeu bewachsenen Hauses und wartete. Nach wenigen Augenblicken hörte ich Schritte und ein Mann in einem Bademantel machte mir die Tür auf. Ja, bitte? Guten Morgen, Herr Krüger. Ja, das bin ich. Mein Name ist Karl Fischer. Ich bin ein Privatdetektiv und arbeite an einem Fall, der Herrn Schubert betrifft. Ah, Tobias. Ich verstehe. Möchten Sie hereinkommen? Herr Krüger führte mich in sein Wohnzimmer. Es roch sehr deutlich nach Cannabis und Kirschen. Auf dem Kaffeetisch stand eine Shisha und auf dem Boden lagen überall bunte Kissen, jeder Größe verstreut. Ich setzte mich aber auf das Sofa. Darf ich fragen, wie gut Sie Herrn Schubert kennen? Oh, schon eine Weile. Seit dem Anfang. Herr Krüger schmunzelte und drehte sich mit geschickten Händen eine Zigarette. Ich fragte nach seiner Meinung zu Tobias Schubert, um ein Gefühl für die Beziehungen innerhalb der Vereinigung zu bekommen. Tobias? Naja, er macht sein Ding, aber manchmal ist er zu ehrgeizig, wissen Sie? Versucht, alles zu kontrollieren. Wissen Sie etwas über die Morddrohung, die Herr Schubert erhalten hat? Morddrohung? Oh Mann, das ist heftig. Nein, das wusste ich nicht. Aber das überrascht mich nicht. Warum überrascht es Sie nicht? Naja, mit all dem Druck und den Spannungen hier. Tobias will immer mehr, verstehen Sie? Nicht alle sind damit einverstanden. Hatten Sie mit Tobias Schubert jemals persönliche Differenzen? Ich? Mit Tobias? Wir sind zwar nicht die besten Freunde fürs Leben, aber nein. Ich bleibe Konflikten fern. Aber ich sehe, was vor sich geht. Und was geht in der Vereinigung so vor sich, Herr Krüger? Es ist dieser ganze Wettbewerb, wissen Sie? Einige Leute wollen mehr, mehr Einfluss, einfach mehr. Tobias steht oft im Mittelpunkt davon. Verstehe. Und haben Sie jemanden im Verdacht, der hinter der Drohung stecken könnte? Oh Mann, ich weiß es nicht. Es gibt viele, viele Meinungen hier. Aber ich halte mich daraus. Das Haustelefon von Herrn Krüger klingelte und er entschuldigte sich für einen Moment. Ich blickte mich erneut im Wohnzimmer um. Unter der Shisha auf dem Kaffeetisch fielen mir Zeitungen auf, die merkwürdigerweise Löcher hatten. Auf dem Boden lagen Papierschnipsel und ich fand eine Zeitschrift mit herausgerissenen, zerschnittenen Seiten unter dem Sofa. Ich machte von den Zeitungen ein paar schnelle Schnappschüsse auf meinem Handy. Herr Krüger kam ins Wohnzimmer zurück, blieb aber im Türrahmen stehen und stemmte die Fäuste in die Hüfte. Ist alles in Ordnung, Herr Krüger? Er schüttelte den Kopf, schaute aber nicht zu mir herüber. Er war blass um die Nase und seine Zigarette zitterte in seinen Fingern, als er einen Zug nahm. Ich muss Sie bitten zu gehen, Herr Fischer. Ich verstehe. Danke für Ihre Zeit, Herr Krüger. Wenn Ihnen noch etwas einfällt, können Sie mich erreichen. Hier nehmen Sie meine Visitenkarte. Die Tür schloss sich hinter mir und ich stand allein, umgeben von dem Zwitschern der Vögel und dem Bellen der Hunde in der Nachbarschaft. Ich nahm an, dass Herr Krüger von jemandem in der Vereinigung angerufen worden war, um die Nachricht über den Mord am Gärtner zu teilen. Krügers Worte halten in meinem Kopf wieder, während ich die Spannungen innerhalb der Vereinigung reflektierte. Herr Schubert schien im Zentrum eines komplexen Netzes aus Ambitionen und möglichen Feindseligkeiten zu stehen. Doch war dies Grund genug für eine Morddrohung? Das Puzzle, das ich zu lösen versuchte, wurde mit jedem Gespräch komplexer. Ich musste tiefer graben, weitere Mitglieder befragen. Das Bild war noch lange nicht vollständig. Nach meinem Gespräch mit Hermann Krüger fuhr ich in das Dorf und besorgte mir an einer Imbissbude eine Currywurst und Pommes. Dann machte ich mich gestärkt und neuer Hoffnung noch einmal auf den Weg zur Cannabis-Anbauvereinigung. Vielleicht hatte ich dieses Mal mehr Glück mit der Spurensuche. Am Hauptgebäude angekommen, fielen mir die vielen Menschen auf, die sich mittlerweile versammelt hatten. Es waren alles Mitglieder der Vereinigung, deren Gesichter Geschichten von Leidenschaft, Protest und Gemeinschaft erzählten. Sie stimmten gerade darüber ab, wo sie einen Gedenkabend für den Gärtner abhalten würden. Obwohl sie ruhig miteinander sprachen, war die Stimmung aufgeladen, die Luft erfüllt von einem schweren Geruch nach Kräutern. Einige der Gespräche verstummten, als ich mich der Gruppe näherte. Mein nächster Kontakt war Maria Bauer, die Schatzmeisterin der Vereinigung. Ich wusste, dass Finanzen oft mehr über die inneren Verhältnisse einer Organisation verraten, als viele Worte. Ja? Wer ist da? Guten Tag, Frau Bauer. Ich bin Karl Fischer, Privatdetektiv. Herr Schubert hat mich engagiert, um die Angelegenheiten rund um seine Morddrohung zu untersuchen. Haben Sie einen Moment für mich? Ja, aber wirklich nur einen Moment. Sie wissen wahrscheinlich schon, was hier heute Morgen geschehen ist. Das kann ich mir gut vorstellen. Mein Beileid für Sie. Danke. Er hieß übrigens Lukas Schäfer. Das hat Ihnen die Polizei wahrscheinlich nicht gesagt? Da haben Sie recht. Die Polizei hat bisher alles unter Verschluss gehalten. Wie lange arbeiten Sie schon für die Anbauvereinigung? Seit der Legalisierung. Ich bin für die Finanzen verantwortlich. Wie ist Ihr Verhältnis zu Herrn Schubert? Professionell, aber es gibt Reibereien. Tobias ist ambitioniert, das ist gut. Aber seine Methoden sind manchmal fragwürdig. Hatten Sie Kenntnis von der Morddrohung? Ja, davon habe ich gehört. Es hat mich nicht überrascht. Darf ich fragen, warum nicht? Weil Tobias oft polarisiert. Er geht Risiken ein, die nicht alle unterstützen. Ich verstehe. Glauben Sie, dass die Drohung aus den eigenen Reihen kommt? Das wäre meine Vermutung. Es gibt genug Unzufriedenheit hier. Haben Sie eine Idee, wer dahinter stecken könnte? Nein, das kann ich nicht sagen. Aber ich würde auf jemanden tippen, der mit Tobias Führung nicht einverstanden ist. Ein älterer Mann klopfte an Frau Bauers Tür und erinnerte sie daran, dass sie einen Termin mit dem Anwalt der Vereinigung hatte. Das war mein Zeichen, dass meine Zeit abgelaufen war. Vielen Dank für Ihre Offenheit, Frau Bauer. Wenn Ihnen noch etwas einfällt, zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren. Hier ist meine Visitenkarte. Natürlich, Herr Fischer. Viel Glück. Ich hoffe, Sie finden den Täter. Für Lukas. Nachdem die Tür sich hinter mir geschlossen hatte, blieb ich einen Moment stehen. Die Risse innerhalb der Vereinigung schienen tiefer zu gehen, als ich angenommen hatte. Es war an der Zeit, den Sicherheitsbeauftragten Florian Krause zu treffen. Vielleicht konnte er Licht ins Dunkel bringen. Er war leider nicht in seinem Büro anzutreffen. Laut seinem Assistenten hatte er den ganzen Morgen im Polizeipräsidium verbracht, um seine Aussage zu machen. Ich gab dem Assistenten meine Visitenkarte und vereinbarte über ihn einen Termin mit Herrn Krause für den nächsten Mittag in einem Café in der Stadt. Die Fahrt durch die belebten Straßen der Stadt, vorbei an flüchtigen Gestalten und neonbeleuchteten Schaufenstern, gab mir Zeit, über die neuen Entwicklungen nachzudenken. Ein Mord auf dem Gelände der Anbauvereinigung? Das veränderte die Dynamik meines Falls erheblich. Florian Krause hatte den Toten gemeldet, aber der Polizist hielt Details zurück. Meine Ermittlungen hatten eine dunkle Wendung genommen. Die Morddrohung gegen Schubert, die internen Spannungen. Und jetzt ein Mord. Alles schien miteinander verbunden zu sein. Aber wie? Und warum fühlte sich Schuberts Rolle in all dem immer suspekter an? Er hatte mich beauftragt, die Drohungen zu untersuchen. Doch je tiefer ich grub, desto mehr schien er selbst im Zentrum des Wirbels zu stehen. Hatte Schubert etwas zu verbergen? Oder war er selbst in Gefahr? Es war Zeit, meine Ermittlungen zu intensivieren. Zu viele Fragen blieben unbeantwortet. Aber die Wahrheit musste ans Licht kommen. Koste es, was es wolle. Als ich an Herrn Schuberts Haus ankam, wartete er bereits ungeduldig an seiner Eingangstür. Ein Schatten unter den flackernden Straßenlaternen. Seine Gestalt, groß und etwas gebeugt, zeichnete sich deutlich gegen die dunkler werdende Abenddämmerung ab. Ich spürte die Schwere des Moments, als er mich in sein Haus ließ und zu seinem Wohnzimmer führte. Die Stille unseres Treffens wurde nur durch das ferne Echo des Stadtverkehrs unterbrochen. Herr Krause hat mich bereits angerufen und mich über Lukas informiert. Der Arme. Was für eine grausige Art. In der Tat. Wer könnte zu so etwas fähig sein? Das versuche ich herauszufinden. Wie war Ihre Beziehung zu Lukas? Ich mochte Lukas. Er war sehr fleißig, immer gut gelaunt. Es beunruhigt mich zutiefst, wie er umgekommen ist. Ich beobachtete Schuberts Reaktion genau. In seinem Gesicht zeichneten sich Sorge und Unsicherheit ab. Die Stille des Raumes schien seine Worte zu verschlucken. Seine Stimme war ein leises Echo seiner sonst so bestimmten Art. Ich bin schockiert und ängstlich. Was, wenn ich das nächste Ziel bin? Verständlich. Florian Krause hat den Mord bei der Polizei gemeldet. Aber es war Frau Bauer, die sie angerufen hat? Ja, das stimmt. Sie hat mich heute Morgen um kurz nach sechs angerufen. Herr Krause war zu der Zeit bereits auf dem Weg zum Polizeipräsidium. Er kümmert sich ja um solche Angelegenheiten und ist die Ansprechperson für die Polizei. Der Name Florian Krause löste in mir eine Mischung aus Neugier und Skepsis aus. Krause, der Sicherheitsbeauftragte. Ein Mann, der in den Schatten agierte und doch im Zentrum der Ereignisse stand. Seine Rolle in diesem Puzzle war unbestreitbar zentral. Doch seine wahren Motive blieben verborgen. Florian ist sehr engagiert und kennt alle Mitglieder der Vereinigung besser als ich. Wenn jemand etwas weiß, dann er. Während Schubert sprach, konnte ich nicht anders, als mich zu fragen, ob hinter seiner Fassade von Besorgnis noch etwas anderes lauerte. Sein Blick wich oft ab, als ob er mit seinen Gedanken irgendwo anders wäre. Vielleicht bei Geheimnissen, die er vor mir verbarg. Gut, ich habe morgen einen Termin mit ihm. Können Sie es noch einen oder zwei Tage hier zu Hause ohne Besuch aushalten? Ja, das ist kein Problem. Die Polizei hat mir bereits Schutz angeboten. Sie werden heute Nacht einen Beamten vor meinem Haus postieren. Ich spürte eine Mischung aus Erleichterung und Skepsis, dass Herr Schubert von der Polizei überwacht wurde. War das zu seinem Schutz oder war er ein Verdächtiger in Herr Krügers Mordfall? Während ich mich zum Gehen wandte, konnte ich die Last der bevorstehenden Begegnung mit Florian Krause bereits spüren. Ein Treffen, das ein entscheidendes Puzzleteil in diesem Fall sein könnte. Oder würde es mich tiefer in sein Labyrinth aus Geheimnissen ziehen? Zurück in meinem Büro saß ich diesen Abend noch lange auf meinem abgewetzten Drehstuhl und dachte nach. Ich spannte ein komplexes Netz aus Informationen und Spekulationen, Angst, Unsicherheit und Verdacht. Die Authentizität von Schuberts Sorgen, die Rolle Florian Krauses und das Motiv des Mörders an Lukas, all dies waren Puzzleteile, die darauf warteten, an ihren Platz gelegt zu werden. Ein Treffen mit dem Sicherheitsbeauftragten schien nun unerlässlich. Je mehr ich über den Fall nachdachte, desto mehr schien es, als ob jede neue Entdeckung nur weitere Fragen aufwarf. Doch ich wusste, dass ich der Wahrheit Stück für Stück näher kam, auch wenn das Geheimnis, das ich zu enthüllen suchte, immer düsterer zu werden schien. Wie vereinbart traf ich mich zu Mittag im Café am Marktplatz mit Florian Krause, dem Sicherheitsbeauftragten der Anbauvereinigung. Das gedämpfte Gemurmel der anderen Gäste mischte sich mit dem leisen Surren der Kaffeemaschine im Hintergrund. Florian Krause war ein Mann mittleren Alters mit sorgfältig gekämmtem Haar und einer Brille, die seine aufmerksamen Augen betonte. Er nippte nachdenklich an seinem Cappuccino, während ich meinen Espresso genoss und die Situation erläuterte. Ich begann damit, ihm zu erklären, warum Herr Schubert mich beauftragt hatte und leitete dann zu den wesentlichen Punkten über. Wie gut kannten Sie Lukas Schäfer? Wir standen uns nahe. Es ist ein schwerer Verlust. Mein Beileid, Herr Krause. Können Sie mir mehr über seinen Tod berichten? Es war erschütternd. Überall Blut. Als ich ihn fand, zuckte sein Körper noch. Die Heckenschere steckte in seinem Herz. Ich hielt ihn in meinen Armen, als er seine letzten Atemzüge machte. Die Atmosphäre an unserem Tisch wurde spürbar angespannter. Herr Krause spielte nervös mit dem Löffel seines Cappuccinos. Sein Blick war auf die Tasse gesenkt. Wenn es Ihnen nicht zu privat ist, darf ich fragen, was für eine Beziehung Sie zu Lukas hatten. Waren Sie Freunde? Partner? Wir waren Freunde. Gute Freunde. Ich kann immer noch nicht fassen, dass er tot ist. Seine Stimme brach fast, als er von der tiefen Freundschaft sprach, die sie geteilt hatten. Ich notierte mir das, um später darauf zurückzukommen, und fragte dann nach der Identität des Toten und seinen Zukunftsplänen. Wer war Lukas? Können Sie mir mehr über ihn, seinen Beruf und seine Zukunftspläne erzählen? Er war nicht nur einer unserer Gärtner, aber auch ein aktives Mitglied der Anbauvereinigung wie ich. Wir arbeiteten oft zusammen, über seine Zukunftspläne. Er hatte viele, vor allem bezüglich der Vereinigung. Er wollte Veränderungen. Während ich aufmerksam Florian Krauses Reaktionen beobachtete, stellte ich eine weitere heikle Frage. Die Spannungen innerhalb der Anbauvereinigung waren mir bekannt, aber ich musste verstehen, ob diese zum ultimativen Akt der Gewalt geführt haben könnten. Wussten Sie von irgendwelchen Feinden oder Personen, die ihm schaden wollten? Er hatte wie viele von uns Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Vereinigung, aber dass es so weit gehen würde, ich kann mir niemanden konkret vorstellen. Gibt es jemanden, der aus dem Tod des Opfers einen Vorteil ziehen könnte? Jemand, der als potenzieller Täter in Frage kommt? Ich, ich weiß nicht. Es gab Spannungen, ja, aber genug, um ihn dafür umzubringen? Florian Krause wurde zunehmend unruhiger. Seine Stimme zitterte leicht und seine Augen suchten Halt im leeren Raum. Die leise Musik im Hintergrund des Cafés stand in starkem Kontrast zu der Schwere des Gesprächs. Ich spürte, wie unangenehm ihm dieses Gespräch war, doch es war notwendig, jede noch so kleine Information zu ergründen. Ich versicherte ihm mein Verständnis und drückte meine Hoffnung aus, dass wir durch diese schwierigen Fragen der Wahrheit einen Schritt näher kommen könnten. Ich wünschte, ich könnte Ihnen mehr sagen. Es ist alles so sinnlos. Warum musste er sterben? Das versuche ich herauszufinden. Ihre Informationen sind sehr hilfreich. Vielen Dank für Ihre Zeit. Wenn Sie den Täter finden, lassen Sie es mich wissen. Herr Krause wandte sein Gesicht ab, um seine Brille zu putzen. Ich konnte spüren, dass er sich bemühte, seine Fassung zu wahren. Sein Schmerz lag tief. Das Mysterium wurde durch die Brutalität des Mordes und die offensichtliche Verbindung zur Anbauvereinigung verdichtet. Die Angaben von Krause, obwohl sie viele Fragen offen ließen, machten eines deutlich. Der Täter war jemand aus dem inneren Kreis. Jemand, der genug Hass oder Verzweiflung in sich trug, um zu töten. Die Ermittlung nahm eine düstere Wendung und es war offensichtlich, dass ich tiefer graben musste, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Am späten Nachmittag, als das Licht sanft durch die Bäume des alten Stadtviertels flackerte, machte ich mich auf den Weg zum Polizeipräsidium. Die Luft war erfüllt vom Geräusch entfernter Sirenen und dem gelegentlichen Rauschen vorbeifahrender Autos. Das Präsidium war ein kühler Betonklotz, der sich vom Rest der umstehenden Gebäude in Stil und Größe abhob. Als ich durch die schwere Glastür ging, wurde ich von einem Gemisch aus Kaffeeduft und dem gedämpften Stimmengewirr der Beamten empfangen. Ich begab mich zum Büro meines alten bekannten Polizisten. Er war ja der ermittelnde Beamte des Mordes an Lukas. Die Tür zu seinem Büro stand offen und als er mich begrüßte, strahlte er eine gewisse Zufriedenheit aus, als wäre der Fall bereits gelöst. Er saß hinter seinem Schreibtisch, der mit Akten und Polizeiberichten übersät war, und sah mich direkt an. Ah, Fischer, gut, dass Sie da sind. Wir haben einige interessante Entwicklungen in Ihrem Fall. Das freut mich zu hören. Was gibt's Neues? Nun, wir konnten feststellen, wie der Täter eingebrochen ist. Er hat ein Fenster im hinteren Teil des Gewächshauses aufgehebelt. Ziemlich professionell, muss ich sagen. Ich lehnte mich vor, mein Interesse geweckt. Die Details waren entscheidend. Und jede Information konnte das fehlende Puzzleteil sein. Ja, wir haben DNA-Spuren am Fensterrahmen und einige Fußabdrücke im Inneren gesichert. Außerdem fanden wir ein Stück Stoff, das vermutlich vom Mörder stammt. So viele gute Nachrichten auf einmal. War ich im richtigen Büro, dachte ich mir. Momentan läuft die DNA-Analyse, aber wir haben gute Hoffnung, bald einen Treffer in der Datenbank zu haben. Die Vereinigung hat über 200 Mitglieder. Die Möglichkeit, den Täter durch moderne Technologie zu fassen, faszinierte mich immer wieder aufs Neue. Das ist beeindruckend. Gibt es irgendwelche Verdächtigen? Irgendjemand, der in ihr Profil passt? Mein Blick war fest auf den Polizisten gerichtet, der sichtlich bemüht war, die Integrität der Ermittlungen zu wahren. Er schüttelte leicht den Kopf. Unter den Mitgliedern der Vereinigung gibt es ein paar Namen, die zum engeren Kreis der Verdächtigen zählen. Aber wir wollen die Ermittlungen so umfassend und weitläufig wie möglich halten und uns nicht zu schnell auf eine Handvoll Leute beschränken. Ich verstehe. Es ist aber wichtig, dass wir den Täter schnell finden, wegen der Morddrohung an Herrn Schubert. Gibt es etwas, das ich tun kann, um zu helfen? Im Moment haben wir alles unter Kontrolle, Fischer, aber wir halten Sie auf dem Laufenden. Danke für das Update. Kein Problem. Als ich das kühle Gebäude des Präsidiums verließ und wieder in die Dämmerung der Stadt trat, war mein Geist erfüllt von den erlangten Informationen und den möglichen Wegen, die vor uns lagen. Die Fortschritte der Polizei beeindruckten mich, doch die Ungewissheit über die Identität des Täters ließ viele Fragen offen. Ich wusste, dass die DNA-Ergebnisse der Schlüssel zur Lösung des Rätsels sein könnten, aber bis dahin musste ich jede Möglichkeit in Betracht ziehen. Wer auch immer hinter dem Mord steckte, hatte nicht mit der Hartnäckigkeit und dem Scharfsinn der Ermittler gerechnet. Mit jedem Schritt, den ich auf dem Heimweg machte, spürte ich eine erneute Entschlossenheit in mir aufkeimen. Ich war fest entschlossen, am Ball zu bleiben und das Puzzle Stück für Stück zusammenzusetzen. Nach meinem Besuch im Polizeipräsidium fuhr ich direkt zum Zuhause von Herrn Schubert. Gegenüber dem Haus bemerkte ich einen Polizeiwagen, in dem zwei uniformierte Beamte saßen. Ich nickte ihnen zu und klingelte an der Tür. Beweise? Was für Beweise? Der Täter hat ein Fenster im hinteren Teil des Gewächshauses aufgehebelt. Die Polizei hat DNA-Spuren und ein Stück Stoff gesichert, das vom Täter stammen könnte. Der Gedanke, dass jemand so dreist war, sich Zugang zu verschaffen. Wer würde so etwas tun? Die Gesichter von Herrn Schubert und Frau Bauer drückten tiefe Besorgnis aus, während sie die Informationen verarbeiteten. Ihre Blicke trafen sich in stummer Frage, wer hinter solch einer Tat stecken könnte. Die Wände des Raumes schienen die Schwere ihrer Gedanken wiederzuspiegeln und die tickende Uhr auf dem Kaminsims zählte die Momente der Stille. Aber warum? Was ist das Motiv? Das ist Teil der laufenden Ermittlungen. Es gibt viele Theorien, aber noch keine konkreten Antworten. Könnte es jemand von außerhalb sein? Oder sogar jemand aus der Vereinigung? Alle Möglichkeiten werden in Betracht gezogen. Die Polizei hält sich noch bedeckt. Und was sollen wir jetzt tun? Wir sind alle in Gefahr. Vielleicht war es ein Warnsignal. Jemand will uns einschüchtern. Während ich sprach, bemerkte ich, wie Herr Schubert nervös mit den Fingern auf die Lehne seines Stuhls trommelte. Ein klares Zeichen seiner wachsenden Unruhe. Frau Bauer hingegen umklammerte ihre Teetasse, als suchte sie darin nach einem Funken Sicherheit. Die Atmosphäre war geladen mit Spekulationen und Ängsten vor dem Unbekannten. Das ist leicht gesagt. Wir wissen nicht, was als nächstes passiert. Genau. Wer weiß, wer das nächste Ziel ist? In diesem Augenblick, als die Worte in der Luft hingen, konnte ich die wachsende Spannung zwischen Herrn Schubert und Frau Bauer spüren. Die Unsicherheit ihrer Situation war wie ein Schatten, der sich über das Zimmer legte. Das ist ein Albtraum. Ich kann nicht fassen, dass das wirklich passiert. Wir müssen zusammenhalten. Mehr können wir im Moment nicht tun. Richtig. Ich werde weiterhin alles in meiner Macht Stehende tun, um den Fall zu lösen. Halten Sie mich über jegliche Neuigkeiten oder Veränderungen auf dem Laufenden. Einverstanden. Danke, dass Sie gekommen sind. Ja, danke. Es beruhigt ein wenig zu wissen, dass jemand ermittelt. Als ich das Haus von Herrn Schubert verließ, spürte ich ihr Entsetzen und ihre Verwirrung. Die Angst war greifbar und die Ungewissheit lastete schwer auf uns allen. Die kühle Nachtluft umhüllte mich, während ich zum Auto ging und das ferne Bellen eines Hundes durchbrach die Stille. Zurück in meinem Büro gönnte ich mir einen Whisky. Ich lehnte mich in meinem Sessel zurück, das Glas in der Hand, während ich über die nächsten Schritte nachdachte. Die Informationen von der Polizei waren ein Fortschritt, aber das Puzzle war noch lange nicht gelöst. Jede neue Entdeckung schien nur weitere Fragen aufzuwerfen. Doch ich war entschlossen, bis zum bitteren Ende zu ermitteln, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Der Morgen begann früh mit dem deutlichen Miauen an meinem Fenster. Es war das unverkennbare Geräusch von Bubu, dem treuen Kater meiner Nachbarin, der entschieden hatte, dass es an der Zeit war, die Stille des Morgens zu durchbrechen. Er kratzte energisch am Fenster. Es war sein Ritual, um sicherzustellen, dass ich keine meiner Pflichten vergaß, insbesondere nicht seine erste Mahlzeit des Tages. Meine Nachbarin war oft in der Nachtschicht in ihrer Apotheke und kam erst gegen zehn Uhr morgens nach Hause. Ich servierte ihm sein Frühstück und bemerkte die warmen Sonnenstrahlen, die durch die leicht beschlagenen Fenster meines bescheidenen Büros fielen. Die Stadt erwachte langsam zum Leben, begleitet von dem entfernten Lärm des morgendlichen Verkehrs und dem gelegentlichen Zwitschern der Vögel, die sich außerhalb meines Fensters versammelten. Bubu schnurrte zufrieden. Ich machte mich daran, mir einen dringend benötigten Kaffee zuzubereiten, dessen Aroma bald den gesamten Raum erfüllte und eine Atmosphäre von Komfort und Routine schuf. Die neuen Beweise waren ein entscheidender Schritt vorwärts, aber der Weg zur Lösung war noch lang. Ich machte mich auf den Weg ins Polizeipräsidium, in der Hoffnung, neue Erkenntnisse zu erlangen. Die Luft war durchdrungen von dem Geruch nassen Asphalts und dem fernen Echo der Sirenen, die durch die belebten Straßen halten. Als ich eintrat, wurde ich von dem vertrauten Klang einer tickenden Uhr und dem leisen Murmeln empfangen, das durch die kahlen Flure waberte und dem gelegentlichen Klingeln von Telefonen. Es roch nach frisch gebrühten Kaffees, der aus der kleinen Küche im Eck drang. Als ich den leitenden Polizisten auffand, war er hinter seinem Schreibtisch versunken, das Gesicht im blauen Licht seines Handys kaum erkennbar. Er schien völlig in die digitale Welt abgetaucht zu sein, fokussiert auf etwas, das auf den ersten Blick nichts mit der Arbeit zu tun hatte. Die düstere Beleuchtung des Büros ließ die Umgebung in einem gespenstischen Schimmer erscheinen, wobei die wenigen persönlichen Gegenstände und die verblassten Fotos an den Wänden eine stille Geschichte von Erfolg und vergangenen Zeiten erzählten. Ah, Fischer, ich bin kurz davor, einen neuen Rekord aufzustellen. Was für einen Rekord? Den Polizeirekord in Candy Crush. Ich hätte es vorhin fast geschafft. Aha. Haben Sie mehr Neuigkeiten über den Mord an Lukas Schäfer? Noch nicht. Wir haben die Mitglieder der Cannabis-Anbauvereinigung darum gebeten, unsere Forensiker zu unterstützen. Sie haben ein Zelt auf dem Gelände aufgestellt und nehmen von allen Speichelproben. Vielleicht sollten Sie die Ermittlungen den Profis überlassen, Fischer. Meine Ermittlungen haben bereits wichtige Informationen ans Licht gebracht. Ich denke, wir können voneinander profitieren, statt uns zu bekriegen. Während Sie Detektiv spielen, machen wir die harte Arbeit. Ich denke, ich habe Ihnen in diesem Fall bereits mehr als genug Unterstützung gegeben. Der leitende Polizist hatte mir zwar Informationen gegeben, doch es war klar, dass der Täter noch auf freiem Fuß war. Ich wusste, dass mein Klient, Herr Schubert, auf Ergebnisse wartete und die Zeit drängte. Als ich das Präsidium verließ, konnte ich nicht umhin, mich über die Arroganz des Polizisten zu ärgern. Doch ich ließ es nicht zu, dass es mich vom Wesentlichen ablenkte. Es war klar, dass ich auf eigene Faust weitermachen musste, egal, was der Polizist davon hielt. Die Wahrheit war irgendwo da draußen, und ich war entschlossen, sie zu finden. Der kühle Wind auf den Straßen der Stadt erinnerte mich daran, dass es keine Zeit zu verlieren gab. Das Echo meiner Schritte auf dem Pflaster waren die einzige Begleitung, während ich meine nächsten Strategien durchdachte. Meine Ermittlung führte mich zu einem kleinen, jedoch gemütlichen Bistro am Rande der Stadt, berühmt für seine außergewöhnlich schmackhaften Currywürste und goldgelben Pommes. Während die Geräusche des geschäftigen Mittagstreibens im Hintergrund meine Ohren umspielten, fühlte ich mich entspannt. Maria Bauer, deren Augen bei der Ankunft sichtlich aufleuchten, schien über meine Wahl hoch erfreut. Danke, dass Sie gekommen sind, Frau Bauer. Ich dachte, diese entspannte Atmosphäre könnte uns helfen, ein wenig offener zu plaudern. Oh, das ist eine gute Idee. Worüber möchten Sie mit mir sprechen? Während wir unsere Bestellung aufgaben, lenkte ich das Gespräch auf ein Thema, das mir am Herzen lag. Die warme Brise, die durch das geöffnete Fenster wehte, trug die Düfte von gebratenen Zwiebeln und frisch zubereiteten Pommes zu uns, als sich vorsichtig das heikle Thema der illegalen Geldverdienstmöglichkeiten innerhalb der Anbauvereinigung anschnitt. Bleibt alles, was ich Ihnen sage, unter uns? Ja, natürlich, Frau Bauer. Haben Sie eine Vorstellung, ob solche Aktivitäten in Ihrer Vereinigung vorkommen und wer hinter so etwas stecken könnte? Irgendwelche Namen oder Anhaltspunkte, die Sie teilen könnten? Bevor ich diese Frage beantworte, habe ich ebenfalls eine Frage für Sie, Herr Fischer. Wie gut kennen Sie sich mit dem Gesetz aus, wenn es um Cannabis geht? Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht viel. Worum genau geht es? Der Grund, warum Lukas ums Leben kam? Ich denke, es hat etwas mit der Cannabis-Legalisierung zu tun. Unsere Vereinigung darf maximal 25 Gramm pro Tag und 50 Gramm Cannabis pro Monat an unsere Mitglieder für den Eigenkonsum abgeben. Hm, okay, und weiter? Nun, der ausschlaggebende Punkt ist für mich, dass Lukas öfter mit größeren Mengen gesehen wurde. Seine Notizen stimmten auch nicht mit meinen Daten überein. Was, wenn er seinen Mörder gekannt hat? Ich lehnte mich zurück, die Neugierde in meinen Augen verborgen hinter einer nachdenklichen Miene, während ich Frau Bauers Worte abwog. Die Geräuschkulisse des Bistros, das leise Klirren von Geschirr und das gelegentliche Lachen der anderen Gäste schuf eine scheinbar unbeschwerte Atmosphäre, die im Gegensatz zu unserem ernsten Gespräch stand. Lukas hat regelmäßig mehr Cannabis geerntet, als er in unserem Buch notierte. Ich gehe davon aus, dass er den Cannabis nicht nur für seinen Eigenbedarf pflückte, sondern nebenbei an eine Dealerin namens Jana Wenzel verkaufte. Sie war ein ehemaliges Mitglied unserer Vereinigung, wurde aber von Tobias beim Dealen erwischt und rausgeschmissen. Tobias hat Herrn Krüger natürlich über die Situation mit Jana und Lukas informiert. Herr Krüger versprach, sich darum zu kümmern. Später ist Tobias aber aufgefallen, dass Lukas den Kontakt zu Jana nicht abgebrochen hatte. Ich bin mir nicht sicher, ob er sich darum gekümmert hat. Vielen Dank, Frau Bauer. Ihre Informationen sind sehr wertvoll für mich. Ich hoffe nur, es hilft irgendwie. Janas Kunden sind mit Sicherheit nicht alle Volljährige. Und ich möchte nicht, dass sie den Namen unserer Vereinigung in den Schmutz zieht. Vielleicht stößt dieser Fall selbst Tobias in die richtige Richtung. Die Erwähnung der Geschäfte zwischen Lukas und der Dealerin und die Rollen, die Herr Schubert und Herr Krüger dabei spielten, öffneten neue Ermittlungspfade. Ich fühlte mich, als hätte ich einen entscheidenden Schritt gemacht. Die Suche nach der Wahrheit gestaltete sich zunehmend komplex, doch jedes noch so kleine Detail schien mich meinem Ziel näher zu bringen. Es war an der Zeit, diesen frischen Spuren zu folgen und zu enthüllen, was hinter den Kulissen wirklich vor sich ging. Nach dem aufschlussreichen Mittagessen mit Maria Bauer kehrte ich zu meiner Wohnung zurück. Der Wind rüttelte an den Fensterrahmen, während ein feiner Nieselregen begann. Bubu, der Kater, saß schon vor meiner Haustür. Ich ließ ihn in meine Wohnung und schloss die Tür hinter uns. Das Büro war ein Sammelsurium von Akten, alten Büchern und einigen seltenen Artefakten, die ich im Laufe der Jahre gesammelt hatte. Das einzige Geräusch, das die Stille durchbrach, war das leise Summen der alten Kaffeemaschine. Bubu schlich in seine Ecke und beobachtete mich mit einem Blick, der fast so aussah, als würde er meine Gedanken lesen. Sein Fell glänzte im schummrigen Licht, das durch die schmutzigen Fenster fiel. Ich legte mich auf mein Sofa im Wohnzimmer und meine Gedanken gingen zum Fall zurück. Die Verbindung der illegalen Geldgeschäfte, die Drogendealerin, die Frau Bauer erwähnt hatte und die bevorstehenden Treffen. Alles musste sorgfältig abgewogen werden. Jede Information konnte das fehlende Puzzleteil sein. Draußen heulte eine Sirene vorbei. Ein stetiger Begleiter in den nächtlichen Stunden der Stadt. Es erinnerte mich daran, dass die Ruhe trügerisch war und draußen immer Gefahr lauerte. Ich spürte, wie meine Augen schwerer wurden und gab dem Drang nach, eine Pause einzulegen und zu ruhen. Das Treffen, das am Abend vor mir lag, könnte entscheidend sein. Ich musste auf alles vorbereitet sein. Während ich in einen unruhigen Schlaf abdriftete, blieb Bubu wachsam, als wäre er der Hüter meiner Träume und des Büros. Die Stille des Raumes wurde nur durch mein gleichmäßiges Atmen unterbrochen. Ein Moment der Ruhe vor dem bevorstehenden Sturm. Die Dämmerung hatte bereits eingesetzt, als ich aufwachte und mein Büro verließ. Die Stadt schien ruhiger als sonst. Oder vielleicht war es nur die Stille vor dem Sturm. Das matte Glühen der Straßenlaternen warf gespenstische Schatten auf die feuchten Gehwege, während ein ferner Sirenenklang gelegentlich die Stille durchbrach. Als ich zu meinem Auto ging, hörte ich das Echo meiner Schritte auf dem nassen Pflaster. Plötzlich hörte ich jemanden hinter mir, der meinen Namen rief. Fischer! Fischer! Instinktiv drehte ich mich um und spürte, wie eine Faust Kontakt mit meinem Gesicht machte. Der Schlag kam so unerwartet, dass ich nicht einmal Zeit hatte, meine Arme zu heben, um mich zu schützen. Ich spürte Blut aus meiner Nase laufen. Der unbekannte Angreifer drückte mich geschickt gegen die Wand. Seine Haltung, die Ruhe in seinen Bewegungen verriet, dass er in den Kampfkünsten geschult war. Du solltest besser aufpassen, wo du deine Nase reinsteckst, Schnüffler! Ich versuchte mich zu wehren, aber der Mann war stärker als ich und plötzlich spürte ich Panik in mir aufsteigen. Ich bin hier, um dir eine Warnung zu überbringen. Hör auf zu schnüffeln oder es wird Konsequenzen geben. Nicht nur für dich, auch für deinen Klienten. Ihre Drohungen beeindrucken mich nicht. Ich werde meine Arbeit fortsetzen. Du spielst mit dem Feuer, Fischer. Denk an das, was ich gesagt habe. Ohne weitere Warnung schlug mich der Mann gezielt in meinen Bauch. Der Schmerz ließ mich zusammenzucken. Dann, fast so plötzlich, wie er erschienen war, verschwand er wieder in der Dunkelheit der Nacht. Ich ließ mich auf den Boden sinken und blieb eine Weile so sitzen. Obwohl es wehtat, atmete ich tief ein und aus und versuchte, den Schmerz zu verarbeiten. Es war klar, dass jemand nicht wollte, dass ich dem Geheimnis zu nahe kam. Der unbekannte Angreifer hatte offensichtlich auf mich gelauert. Ich entschied mich zum Rückzug und stolperte gekrümmt vor Schmerz in mein Wohnhaus zurück. Die Nacht hatte ihre eigenen Geschichten zu erzählen. Und diese Begegnung war eine deutliche Botschaft. Doch anstatt mich einzuschüchtern, verstärkte sie nur meine Entschlossenheit, den Fall zu lösen. Wer auch immer versuchte, mich zu stoppen, hatte gerade den Einsatz erhöht. Anstatt in meine Wohnung zurückzukehren, ging ich ein Stockwerk höher. Zu meiner Nachbarin Laura. Sie war eine Apothekerin mit beachtlichen medizinischen Fähigkeiten und einem Sinn für Ruhe, der die hektische Außenwelt vergessen ließ. Ihre Wohnung, eine Oase der Heilung und des Wissens, lag direkt über meinem chaotischen Detektivbüro. Ich klingelte an ihrer Tür, unsicher, was ich erwarten sollte. Mein Herz schlug dabei unruhig, als ob es die Schwere der Situation ahnte. Das Klingeln durchbrach die Stille des Flurs. Ein einsames Echo in einer Welt, die zu schlafen schien. Oh Karl, was ist passiert? Ähm, Berufsrisiko? Könntest du vielleicht... Natürlich, komm herein. Setz dich in mein Wohnzimmer. Ich bin gleich zurück. Ich bewegte mich Richtung Wohnzimmer. Meine Nachbarin ging ins Badezimmer, um was zu holen. So Karl, setz dich auf den Stuhl hier. Laura untersuchte meine Nase. Ganz vorsichtig. Ihre Hände bewegten sich geschickt und sicher. Ein Tanz der Fürsorge, der jede meiner Anspannungen zu lösen schien. Mit einem warmen, feuchten Lappen wischt sie sanft die roten Flecken aus meinem Gesicht. Der Dreckskerl hat dich ja ganz genau auf das Nasenbein erwischt. Du hattest aber noch einmal Glück. Deine Nase ist nicht gebrochen. Ich werde dir trotzdem Schmerztabletten geben. Danke, Laura. Das ist sehr freundlich von dir. Hier, nimm das mit etwas Wasser. Und... Hast du heute schon etwas zu Abend gegessen? Ich könnte uns etwas machen. Deine Fürsorge ehrt mich, Laura. Aber ich glaube, ich sollte besser gehen. Na gut. Du solltest die Tabletten aber besser nach dem Essen einnehmen. Ich schätze dein Angebot wirklich, aber vielleicht ein andermal. Danke für deine Hilfe, Laura. In Ordnung, Karl. Aber pass auf dich auf, ja? Nachdem Laura meine Verletzungen versorgt hatte, tauschten wir einen intensiven Blick aus, der mehr sagte, als Worte es könnten. Ich bedankte mich und kehrte dann in mein Büro zurück. Die körperliche Erschöpfung vom Kampf und die emotionalen Folgen des Tages machten sich bemerkbar. Bubu war mir aus Lauras Wohnung gefolgt, als wüsste er, dass ich Trost brauchte. Seine grünen Augen funkelten im schwachen Licht des Korridors. Er war ein stummer Zeuge der nächtlichen Stille. Trotz des hektischen Tages und der Schmerzen fühlte ich eine gewisse Dankbarkeit für Menschen wie Laura in meinem Leben. Mit diesen Gedanken legte ich mich wieder hin, diesmal in der Hoffnung auf einen ungestörten Schlaf, um für die Herausforderungen des nächsten Tages gerüstet zu sein. Der Morgen brach grau und regnerisch an, ein Spiegelbild meiner Stimmung nach einer Nacht, wo der Schlaf nur flüchtig zu mir kam. Während ich mich müde aus dem Bett zwang, bemerkte ich das pochende Gefühl in meinem Kopf, den Schmerz der blauen Flecken, die sich über meinen Körper verteilten. Sie waren stumme Zeugen der gestrigen Auseinandersetzung, ein physisches Andenken an die Konfrontation mit dem Schläger. Trotz des Fehlens von Alkohol in der Gleichung fühlte ich mich, als hätte ich einen ausgewachsenen Kater. Das leise Surren meiner alten Kaffeemaschine im Hintergrund und der Duft von frisch gebrühtem Kaffee boten einen kleinen Trost, als ich meine Gedanken sammelte. Mit der Hoffnung auf neue Erkenntnisse, die diesen Fall voranbringen könnten, machte ich mich auf den Weg zum Polizeipräsidium, fest entschlossen, die Wahrheit zu enthüllen, egal, welche Hindernisse sich mir in den Weg stellen würden. Was ist denn mit Ihrem Gesicht passiert, Fischer? Jemand hat mich letzte Nacht verfolgt und bedroht. Es war eine klare Botschaft, mich von dem Fall fernzuhalten. Bedroht, sagen Sie? Haben Sie eine Ahnung, wer dahinter stecken könnte? Nein, ich kannte den Angreifer nicht. Aber ich habe von einer Dealerin gehört, die möglicherweise eine Schlüsselperson sein könnte. Hm, das klingt interessant. Wie heißt die Dealerin? Jana Wenzel. Sie ist ein ehemaliges Mitglied der Cannabis-Anbauvereinigung. Ich beobachtete, wie der Polizist mit konzentriertem Blick einige Minuten auf seinem Computer tippte. Die Geräusche der Tastenanschläge halten leise im Raum wieder. Die Wände des Büros waren mit vergilbten Fahndungsfotos und Stadtplänen übersät, die eine stumme Geschichte der Verbrechen dieser Stadt erzählten. Trotz der drückenden Atmosphäre, die durch die knappen Ressourcen und das reduzierte Personal verursacht wurde, spürte ich eine unerschütterliche Entschlossenheit in den Augen des Polizisten. Hier habe ich Frau Wenzels Adresse. Normalerweise würde ich mitkommen, aber ich bin heute alleine auf der Wacht im Präsidium. Die Stadt spart mal wieder an Personal. Ich verstehe. Vielen Dank für die Hilfe. Ich werde vorsichtig sein. Mit der Adresse fest in meiner Hand verließ ich das Polizeipräsidium und trat hinaus in die kühle Morgenluft. Während ich mich durch die menschenleeren Straßen bewegte, erwachte die Stadt langsam zum Leben. Meine Schritte halten auf dem nassen Pflaster. Die Vorstellung, allein gegen eine möglicherweise gefährliche Person vorzugehen, ohne polizeiliche Unterstützung, war zwar beunruhigend, aber nicht neu für mich. Die Informationen von Frau Bauer und nun die Adresse vom Polizisten waren wie Puzzlestücke, die mich einen Schritt näher an die Lösung des Falls brachten. Trotz der Risiken, die vor mir lagen, war meine Entschlossenheit, die Wahrheit ans Licht zu bringen, unerschütterlich. Koste es, was es wolle. Eine halbe Stunde später stand ich vor Janas Haustür. Der Himmel war bleigrau und schien die Farben der Welt zu verschlucken. Das schläfrige Vorstadtviertel wirkte auf den ersten Blick unauffällig, fast unscheinbar. Doch der Schein trügt oft. Hier, in dieser Durchschnittlichkeit, verbargen sich Geheimnisse, die das Tageslicht scheuten. Die Stille der Straße wurde nur gelegentlich vom fernen Heulen einer Sirene oder dem flüchtigen Zwitschern eines Vogels unterbrochen. Ich versuchte, mich auf das bevorstehende Gespräch vorzubereiten, wohl wissend, dass die Antworten, die ich finden wollte, mein Verständnis des Falles maßgeblich verändern könnten. Nachdem ich die Klingel betätigt hatte, wartete ich gespannt. Die Tür wurde kurze Zeit später von einer jungen Frau mit blau gefärbtem Haar und gepierster Nase geöffnet. Guten Morgen. Wer sind Sie? Entschuldigen Sie die frühe Störung. Mein Name ist Fischer. Ich ermittle an dem Mord von Herrn Lukas Schäfer. Ich nehme an, Sie kannten Lukas. Ja, wir waren Freunde und haben früher mal zusammengearbeitet. Bitte, kommen Sie herein. Danke. Das Innere des Hauses präsentierte sich als überraschendes Kontrastprogramm zur schlichten Fassade. Die Wände waren mit moderner Kunst geschmückt. Sie verliehen den Räumen eine lebendige Atmosphäre. Das gedämpfte Licht gab den Möbeln aus dunklem Holz einen warmen Glanz. Es war offensichtlich, dass hier jemand wohnte, der Wert auf Komfort und Ästhetik legte. Die Diskrepanz zwischen dem äußeren Erscheinungsbild des Hauses und seiner inneren Ausstattung war bemerkenswert. Ein subtiler Hinweis darauf, dass die Bewohner es bevorzugten, ihre wahren Werte und ihren Reichtum nicht nach außen zu tragen. Möchten Sie einen Espresso? Ja, danke. Das wäre gut. Hier bitte der Espresso. Danke. Ich werde Ihnen helfen, aber nur, wenn ich nicht selbst in Schwierigkeiten gerate. Können Sie das garantieren? Meine Priorität ist die Aufklärung des Mordes. Wenn Sie nicht direkt beteiligt waren, kann ich zustimmen. Aber ich muss alles wissen, was Sie über die illegalen Geschäfte und den Mord wissen. In Ordnung. Ich erzähle Ihnen alles, was ich weiß. Vielleicht wissen Sie ja, dass ich auf der Straße Marihuana verkaufe, um mein Geld zu verdienen. Ja, das ist mir zu Ohren gekommen. Der, von dem ich das Zeug habe, den kenne ich nicht richtig. Aber er hat wilde Augen, hat einen schwarzen Bart und trägt immer eine Kappe mit einem Hanfblatt darauf. Verstehe. Ich glaube, ich weiß, von wem Sie sprechen. Wann treffen Sie sich denn gewöhnlich für die Übergabe? Wir treffen uns meistens nachts. Gegen zwölf oder ein Uhr. Heute wäre es wieder soweit. Ich hoffe, Sie wissen. Wenn diese Person der Mörder ist, wird sie Ihnen keine Waren mehr liefern. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Aber sehen Sie, für mich ist Marihuana wie Alkohol. Ich betreibe meinen kleinen Straßenladen ähnlich wie der Kiosk um die Ecke, der Wodka und Bier verkauft. Doch hier geht es um Mord. Und damit möchte ich wirklich nichts zu tun haben. Danke, das war sehr aufschlussreich. Und der Espresso war ausgezeichnet. Mit den neu gewonnenen Informationen fest im Gepäck, verließ ich das Haus der Dealerin. Die Sonne hatte mittlerweile die grauen Wolken durchbrochen und tauchte die Straße in ein sanftes Licht, das einen scharfen Kontrast zu den dunklen Geheimnissen bildete, die ich soeben enthüllt hatte. Mit jedem Atemzug der frischen Luft fühlte ich mich mehr dem Ziel verpflichtet, Gerechtigkeit zu erwirken. Die Bedeutung von Florian Krause im Puzzle des Falles war nun unübersehbar geworden. Und ich war fest entschlossen, diese Spur bis zum Ende zu verfolgen. Das Wissen, das ich während meines Besuchs erlangt hatte, war der Schlüssel, um endlich Licht ins Dunkel zu bringen und den Fall zu lösen. Am Abend, als die Sonne sich bereits hinter dem Horizont versteckt hatte und die ersten Sterne zaghaft am Himmel erschienen, fand das entscheidende Treffen im Polizeipräsidium statt. Die Luft war erfüllt von der Schwere der bevorstehenden Enthüllungen. Ich fühlte mich bereit, alle gesammelten Informationen zu teilen und meinen Plan zur Überführung des Täters vorzuschlagen. Mein Klient, Tobias Schubert, saß mir gegenüber, sichtlich angespannt, während der Polizist die Unterlagen durchging, die ich auf den Tisch gelegt hatte. Basierend auf den Informationen, die ich gesammelt habe, scheint es, dass Florian Krause, der Sicherheitsbeauftragte, hinter dem Mord an Lukas steckt. Das ist entsetzlich. Kann das wirklich wahr sein? Die Beweise deuten darauf hin. Um ihn zu überführen, benötige ich heute Abend Zugang zu ihrer Anbauvereinigung, Herr Schubert. Die Stille im Raum wurde nur durch das gelegentliche Rascheln von Papieren unterbrochen, als Tobias nur zögerlich zustimmte. Ich spürte, wie die Anspannung wuchs. Glauben Sie, dass Florian in der Anbauvereinigung auftauchen wird? Ja, ich bin mir sicher. Er weiß, dass wir ihm immer mehr auf den Pelz rücken. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis wir ihn überführen werden. Florian muss sich dessen bewusst sein. Herr Schubert, Ihre Zusammenarbeit ist dabei entscheidend. Sie nehmen also an, dass er noch einmal aufstocken will, um seine Flucht zu finanzieren? So etwas in der Art, ja. Es ist außerdem nicht ungewöhnlich, für Mörder an den Tatort zurückzukehren. Wenn es uns gelingt, Florian auf frischer Tat zu ertappen, können wir ihn mit dem Mord in Verbindung bringen. Das klingt plausibel. Ich bin dabei. Wie wollen Sie vorgehen, Fischer? Als ich meinen Plan darlegte, sah ich, wie das Zögern in Tobias Augen allmählich einer festen Entschlossenheit wich. Sagen Sie Ihren Kollegen, Sie können sich von der Anbauvereinigung und Herrn Schuberts Haus zurückziehen. Die Forensiker haben mittlerweile wahrscheinlich genug DNA-Proben gesammelt. Ja, das lässt sich machen. Wir haben sowieso Personalmangel. Da ist der Rückzug berechtigt. Und Sie? Herr Schubert, Sie sollten hier im Präsidium bleiben. Nur für den Fall, dass er Sie in Ihrem Zuhause aufsucht. Und was ist mit unseren Nachtwächtern? Sie arbeiten unter Florian. Schwer zu sagen, wo Ihre Loyalität liegt. Entweder Sie schauen weg, wenn Florian seinen Geschäften nachgeht und sind somit seine Komplizen. Oder Sie sind Ihnen treu, Herr Schubert, und versuchen Florian zu stoppen. Wir können Sie nicht warnen. Draußen heulte eine Sirene vorbei. Ein fernes Echo der Stadt, die niemals schlief. Doch hier drinnen, in diesem Raum, lag unser Fokus ganz auf der bevorstehenden Aufgabe. Das ist sehr riskant. Ich verarbeite immer noch den Mord an Lukas. Was, wenn unser Plan zu weiterem Verlust führt? Glauben Sie mir bitte, mir ist auch nicht wohl dabei. Wir müssen den Täter schnappen, bevor er sich aus dem Staub macht. Ich werde Sie unterstützen, wo ich kann. Aber wir müssen vorsichtig sein. In Ordnung. Solange die Polizei in der Nähe bleibt und eingreift, sobald Sie Florian überwältigt haben. Ich fühlte mich bereit, den nächsten Schritt zu wagen. Die Zusammenarbeit zwischen uns dreien war entscheidend für den Erfolg dieser Operation. Die Nacht legte sich wie ein dunkler Vorhang über die Stadt. Und die Schatten, die sich in den Ecken des Raumes sammelten, schienen Zeugen unserer Pläne zu sein. Es war ein Spiel gegen die Zeit. Und ich war entschlossen, den Mörder zur Rechenschaft zu ziehen. Der Polizist setzte sich auf den Beifahrersitz meines Autos und zog sein Handy aus der Hosentasche. Während ich uns zur Anbauvereinigung fuhr, spielte er Candy Crush. Ich parkte allerdings nicht auf dem Gelände, sondern außerhalb, auf einem Rastplatz, an einem Rapsfeld gelegen. Wir würden von dort aus laufen. Ist es noch weit weg? Nein, wir sind fast da. Die Anbauvereinigung liegt hinter dem Hügel. Ich deutete in die Richtung der Anbauvereinigung. Die Abendluft tat mir gut und half mir, meine Gedanken zu ordnen. Der Polizist schaute kurz von seinem Handy auf und folgte mir. Was machen wir, wenn er nicht auftaucht? Er wird auftauchen. Ich vertraue der Information von Frau Wenzel. Kurze Zeit später erreichten wir die Anbauvereinigung und versteckten uns in einem der Schuppen. Die Nachtwächter drehten ihre Runden, aber wir blieben unentdeckt. Die Stunden vergingen und ich dachte weiter über meinen Plan nach. Der Polizist hatte es sich auf einem Stuhl bequem gemacht und war eingeschlafen. Sein gleichmäßiges Schnarchen fügte sich in die nächtlichen Geräusche ein. Zum Glück schnarchte er nicht sehr laut, sonst hätte ich ihn geweckt. Die Spannung und die Ungewissheit, was die Nacht noch bringen würde, hielten mich wach. Meine Ohren waren gespitzt. Jedes Geräusch ließ mich aufhorchen, in der Hoffnung, es sei der Täter. Einmal kam ein Nachtwächter unserem Versteck sehr nah, drehte sich dann aber um und lief in die entgegengesetzte Richtung. In der stillen Dunkelheit des Schuppens hörte ich plötzlich Geräusche. Es waren Schritte. Ich schaute aus dem vergilbten Fenster und konnte gerade noch einen Schatten vor dem Gewächshaus uns gegenüber erkennen. Ich stupste den Polizist wach. Seine Augen blitzten kurz verwirrt auf, bevor er die Situation erfasste. Gemeinsam bewegten wir uns langsam in Richtung des Gewächshauses. Wir schlichen uns herein und warteten noch etwa zwei Minuten, um dem Einbrecher genügend Zeit zu geben, seinen Zielort zu erreichen. Auf drei rannten wir beide dem Mann entgegen. Er hatte sich bereits auf den Boden gesetzt und damit angefangen, die Blüten zu ernten. Hände hoch! Verdammt! Widerstand ist zwecklos! Im Namen des Gesetzes heben Sie Ihre Hände über Ihren Kopf. Der Täter, erschrocken, streckte die Hände in die Luft. Ich schaltete meine Taschenlampe an und wir erkannten ihn eindeutig als die Person, die wir verdächtigt hatten. Florian Krause. Sein Gesicht, bleich vom Schrecken, zeichnete sich scharf gegen den Hintergrund des Gewächshauses ab. Florian Krause, Sie sind festgenommen. Eine Untersuchung seines Rucksacks, den er neben sich auf den Boden hatte fallen lassen, ergab, dass er voll mit illegaler Ware war. Jedes Objekt, das wir aus dem Rucksack zogen, war ein weiterer Nagel zu seinem Sarg. Gefälschte Pässe, eine Flasche Chloroform und eine ganze Menge Drogen. Das, das ist alles ein Missverständnis, ein blöder Zufall, ein Unfall. Lukas hat mir gedroht, zur Polizei zu gehen. Ob es ein Zufall oder ein Unfall war, wird das Gericht entscheiden. Der Polizist legte ihm Handschellen an, die im kalten Licht des Gewächshauses aufblitzten. Er führte den Täter mit einem breiten Grinsen im Gesicht ab. Es war eine lange Ermittlung, die endlich zu einem Durchbruch geführt hatte. Die Beweise waren erdrückend und die Gerechtigkeit würde ihren Lauf nehmen. Für einen Moment erlaubte ich mir, den Erfolg zu spüren, bevor ich mich daran erinnerte, dass es noch viel aufzuarbeiten gab. Doch für heute war ein großer Schritt getan. Ich fühlte eine große Erleichterung, den Mörder gefasst zu haben. Jetzt konnte wieder Normalität einkehren. Der Mörder gefasst zu haben.